Hola, buenas tardes, Lanzarote. Ich möchte heute über unsere Macht, die wir haben, mit unseren Accessoires sprechen. Gerade wir Frauen haben ja sehr viele Möglichkeiten, mit unseren Schmuckohrringen oder Ketten mit unserem Außenwirkung zu spielen. Welche Aussage wollen wir heute treffen? Das heißt, ihr seht mich hier heute, ich seh mich sonst nie ohne Ohrringe, nur mit Ohrringen, beziehungsweise ohne Ohrringe und ich habe hier eine ganz schlichte Goldkette mit einem Diamanten und einfach einen Ausschnitt und ein bisschen einen Top drunter, dass es eben auch ein Ende hat, der Ausschnitt. Jetzt schaut mal, was passiert, wenn ich jetzt hier eine Kette nehme, die eine, wir nennen das gerne Statementkette ist. Das heißt, es passiert sehr viel mit einer Statementkette. Jetzt lege ich mal diese sehr auffällige Statementkette um und jetzt wäre das zu viel mit dem Ausschnitt. Ich kann aber bei diesem Kleid meinen Ausschnitt wie ein V-Ausschnitt kreieren. Wichtig ist immer, dass wir noch ein Ende von etwas sehen, dass es nicht bis ins Endliche geht, was immer nicht so optimal ist. Und jetzt, wie ihr seht, wären Ohrringe zu viel. Dann nehme ich jetzt diese Kette weg. Also denkt immer mit euren Accessoires, welche Wirkung ihr kreiert, wo bringt ihr den Blickpunkt hin? Jetzt trage ich eine sehr schlichte Kette und wenn ich aber jetzt mit meinen Ohrringen etwas kreieren möchte, das ist immer sehr wichtig, wenn wir vor allem online unterwegs sind. Und wir sind ja heutzutage sehr viel online in Zoom-Calls und wo wir alle unterwegs sind. Das heißt, seid euch immer bewusst die Bühne, die ihr kreiert. Und jetzt seht ihr nur durch diese Ohrringe und jetzt kann ich das so lassen oder ich kann auch das Kleid wieder ein bisschen geschlossener machen. Das ist jetzt die Wirkung, dass sofort der Blickpunkt auf meine Lippen gelenkt wird. Dann natürlich Frauen mit langen Haaren ist nochmal die Frage, trage ich offenes Haar oder nehme ich meine Haare hoch? Hat auch eine spezielle Wirkung. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Haare hochnehme, seht ihr, Moment, ich mache es mal ganz kurz, dann seht ihr sofort, jetzt kommt natürlich noch mehr Aufmerksamkeit auf mein Gesicht und vor allem auf die Ohrringe. Dann kommt es darauf an, sieht man hinten noch die Haare oder nehme ich die ganz raus? Und da seht ihr wieder, im Gegensatz zu meinem Hintergrund, sind die weißen, hellen Ohrringe sehr wichtig. Und es wird auch hier wiederholt. Wir reden im Styling auch immer von dieser, dass eine Farbe nochmal wiederholt werden soll, mindestens zweimal, wenn nicht dreimal. Das war heute mein kurzes Shorts, um euch zu zeigen, was wir mit unserer Außenwirkung, mit unseren Accessoires machen können. Einen stylischen Tag.